Heute stelle ich dir die RR-Funktion Sortieren vor, die in der Praxis sehr nützlich ist, wenn du Daten in einer bestimmten Reihenfolge anzeigen oder analysieren möchtest. Du kannst zum Beispiel eine Liste von Produkten nach Preis, Name oder Bewertung sortieren, um schnell das beste Angebot zu finden. Schauen wir uns das an einem konkreten Beispiel an. Du willst hier die Reihenfolge der Kunden anhand ihrer Umsätze in absteigender Reihenfolge ermitteln. Die Matrix ist natürlich dann dieser Datenbereich hier insgesamt. Der Sortierindex gibt die Spaltennummer an, nach der sortiert werden soll. Das wäre in unserem Fall also dann die Spalte 2 und die Sortiereihenfolge. Es sagt, wenn du da eine Zahl angibst, 1 eine aufsteigende und minus 1 eine absteigende Sortierung, gibt es keine Angaben an, wird automatisch aufsteigend sortiert. Füllen wir also die Funktion hier entsprechend aus. Nachdem es hier eine schöne intelligente Tabelle ist, kann ich hier einfach die zwei Spalten schön schnell markieren. Der Sortierindex ist dann der Umsatz, das ist die Spalte 2 und ich möchte absteigend sortieren. Das ist minus 1 und mit Enter kriege ich automatisch jetzt die Ergebnisse angezeigt. Der Vorteil bei diesen RR-Funktion ist natürlich wieder, wenn ich hier den Datenbereich erweitere, das ist eben der große Vorteil dieser RR-Funktion automatisch erweitere. Du siehst auch hier, dass der Name automatisch zum Umsatz eingereiht wird. Eine schön nützliche Funktion mit vielen Einsatzzwecken für deine tägliche Arbeit in der Praxis. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen. Wenn dir das Tutorial gefallen hat, hinterlasse gerne ein Tankbuch oder abonniere meinen Kanal. Gerne kannst du den Link auch in deinem Netzwerk teilen. Bis zum nächsten Mal.